Guten Morgen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist wunder, wunderschönes Wetter in Nürnberg. Ich habe gerade mal wieder einen 8 Stunden Arbeitstag hinter mir. Ich muss ein bisschen früher Feierabend machen, weil ich habe einen ganz, ganz wichtigen Termin. Ich muss den Angelladen. Das Leben ist manchmal voller Verpflichtungen und ich muss jetzt einfach Würmer, Maden und Co. kaufen, damit wir am Freitag angeln gehen können. So ist es halt nun mal. Ein Arbeitgeber hat sowas zu berücksichtigen, wenn er mich einstellt. Ich laufe mal so auf gut Glück. Ich weiß den Weg ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber ich vertraue jetzt mal auf meine Fischnase. Ich rieche Fisch. In dem Fall den Fisch, den man dann da fängt. Eine Sache wollte ich am Anfang dieses Videos tatsächlich mal ansprechen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit YouTube, ist übrigens jetzt ziemlich genau zwei Jahre her. In Berlin damals noch, da habe ich mir so die Frage gestellt und das mit Samira so besprochen. Wie geht man mit Kommentaren um, die einem nicht passen? Weil so nette Kommentare, damit ist immer einfach umzugehen. Weil da freue ich mich wirklich über jeden Einzelnen. Aber es gibt natürlich immer wieder den einen oder anderen Kommentar, wo man sich denkt, so kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Das Problem ist halt, Leute, es ist halt nun mal das Internet. Und wenn dann mal ein negativer Kommentar ist, dann schreiben die Leute jetzt auch nicht, oh, das fand ich jetzt nicht so toll, könnt ihr das ändern oder was auch immer. Sondern die schreiben dann halt, boah, voll unsympathisch und was auch immer. Aber oftmals ist es auch so, dass Leute Probleme haben, meinen Humor zu verstehen. Oder auch so irgendwie so zu verstehen, wie ich es wirklich gemeint habe. Ironie und was auch immer. Zum Beispiel hat letztes Mal jemand kommentiert, der auf die Szene, in der ich in meinem letzten Vlog gesagt habe, dass Samira im Restaurant eingeladen habe und jetzt das Geld wieder von ihr zurück haben möchte. Fand es nett, dass du mich eingeladen hast. Ich habe sie tatsächlich eingeladen, aber eigentlich will ich das Geld wieder zurück. Sag mal, das ist doch nicht Jackman, oder? Dabei ging eigentlich total aus diesem Gespräch oder aus dem Teil, wie ich es erzählt habe, hervor, dass sie eben nicht eingeladen habe, sondern nur gezahlt habe, weil sie kein Bargeld dabei hatte. Und dann meinte diese Person gleich, dass es voll unsympathisch wäre, dass ich sie quasi einlade, auf dicke Hose mache und dann das Geld von ihr zurück will. Also war es natürlich überhaupt nicht. Und halt gleichzeitig behauptet, dass sie die Frau meines Lebens ist und dann kann man sowas ja nicht machen. Blablabla. Ihr wisst schon, wie ich meine. Oder auch dieses Fahrradvideo. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch daran erinnern kann, aber ich bin ja vor einem Jahr oder sowas mal mit dem Fahrrad von Berlin nach Leipzig gefahren, so als Challenge. Und dann kommentieren Leute, dass ich dieses Video gefakt hätte und mit dem Zug gefahren wäre bestimmte Stellen. Okay, hier sind Kinder. Und dass die Leute halt bescheißen wollen würde. Sowas ärgert mich total. Wisst ihr, da denke ich mir halt auch so Ulf12345. Keine Ahnung, ob der jetzt so hieß in dem Fall. Du kannst besser von deinem Sofa zu Hause beurteilen, ob ich das geschafft habe und das Video gefakt habe, als ich, der es tatsächlich gefahren ist. Aber da ärgere ich mich gar nicht mehr so weiter. Ein Kommentar auf jeden Fall. Den hat Samira mir sogar geschickt, weil sie wusste, dass ich mich darüber so freue, dass jemand kommentiert hat, dass er seitdem meine Videos, er oder sie, weiß jetzt nicht, meine Videos schaut, Lust hat, angeln zu gehen. Leute, das ist es. Wir haben uns heute eine Pizza selber gemacht, also mit so Fertigteig-Mischung. Und da klingt das heilige Geräusch. Wir gucken jetzt gleich prominenzgetrennt. Die Pizza haben wir auf jeden Fall bis jetzt zu lang im Backofen gelassen. Die ist sehr knusprig. Aber man kann sie noch essen. Hätte nicht mehr viel länger dauern dürfen. Letzte Arbeitsstunden vor dem Osterwochenende. Es ist Donnerstag. Alle anderen haben eigentlich schon Feierabend gemacht. Ich habe noch ein paar Aufgaben vor mir. Aber es geht jetzt in wenigen Minuten in das Osterwochenende. Falls ihr euch wundert, wo ich bin, vielleicht sieht man es im Hintergrund. Wir haben eine Dachterrasse auf der Arbeit und es ist mitten in der Innenstadt. Das ist richtig, richtig schöne Aussicht. Ich zeige es euch gleich noch. Am Wochenende fahre ich auf jeden Fall nach Hause. Samira fährt nach Hause zu ihrer Familie. Und das Gute ist, dass wir ungefähr die gleiche Strecke haben. Also eigentlich voll krasser Zufall. Denk mal, wir haben uns im Studium in Bamberg kennengelernt. Und zufällig wohnen wir auch noch so ungefähr in der Nähe voneinander. Also unsere Familien kommen aus der gleichen, nicht aus der gleichen Ortschaft, aber so ungefähr aus dem gleichen Bereich. Auch wenn es trotzdem noch eine halbe Stunde oder so ist. Und das passt immer perfekt mit dem Nachhausefahren. Ich habe auf jeden Fall am Wochenende Happy bei mir. Der kommt mit zu mir und meiner Family. Ist aber am Freitag komplett alleine mit meinem Papa und meiner Mama. Der hat quasi einmal einen Tag, Karfreitag, bei seinen Großeltern. Am Samstag habe ich dann ein Spiel und dann am Sonntag. Das ist extra blöd, weil ich dann wegen diesem Spiel natürlich extra nochmal nach Nürnberg fahren muss. Und am Sonntag wird dann Ostern zu Hause verbracht. Hier hinten sieht man übrigens die ganzen Kirchen und sowas in Nürnbergs Innenstadt. Jetzt laufe ich hier auf jeden Fall auf dem Dach rum. Mach noch kurzes Päuschen, bevor es nochmal kurz zur Arbeit geht. Und dann ist es geschafft. Und wir gehen ins Osterwochenende. Das hier ist übrigens die Aussicht vom Dach. Wer es hier in Nürnberg auskennt, ich weiß gar nicht, wie diese Kirche heißt. Die Kirche, blende ich euch hier mal den Namen ein, weil ich weiß es gerade nicht auswendig. Und hier unten ist direkt der Hauptmarkt. Hier ist immer Markt, wie der Name halt schon sagt. Hier ist auch der Weihnachtsmarkt in Nürnberg, der Christkindlesmarkt, sagen die hier, glaube ich. Und hier ist die Aussicht über die Stadt. Und hier rauf kraxel ich gerade rum. Hier vorne lagen übrigens, wer im Christkindlesmarkt scharf schützen. Also falls ihr hier mal beim Christkindlesmarkt seid, Leute, ihr werdet überwacht und seid safe. Ich bin jetzt gerade noch in Müller und suche nach einem Stativ. Malzermierer und ich haben beide uns das kaputt gemacht. Das zweite Mal hintereinander. Gibt es sowas in Müller? Keine Ahnung. Gibt es sowas in Müller? Kurz und knapp. Nein. Schau mal, dein Essen ist angekommen. Schau mal. Fast hätte unser Hund verhungern müssen. Es war knapp. Zeig mal, wie viel ist noch da? Drei Dosen. Nee, hier noch. Fast geschorben. Also das hier ist, glaube ich, die Hälfte von allem, was wir bestellt haben, gell? Das zusammen ist die Hälfte. Also ich habe 48 Dosen davon bestellt. Ja, aber schau mal, das sind safe 48 Dosen, Schatz. Vielleicht hier müssen dann auch nochmal 48 drin sein. Also wir haben wieder für zwei Monate bestellt. Gell, kleine Mausi? Dir geht es so gut bei uns. Hier gibt es so viel Essen. Wollen wir mal nicht erwähnen, dass wir Raben-Eltern waren und ihn fast verhungern lassen. Nein, hätte ich es nicht gesagt, hättest du gar kein Essen bestellt wahrscheinlich. Gell, Schatz. Papa wollte dich aussetzen. Er hat gesagt, du wirst so teuer. Sparkuss, Happy, Sparkuss. So, Freunde, der große Angeltag ist gekommen. Bin gerade schon auf dem Weg zum Fluss, muss aber vorher noch einen Kumpel von mir abholen. Wir gehen nämlich zu dritt angeln. Wirklich das mit das größte Geschenk, das man mir machen konnte. Meine zwei besten Freunde von zu Hause haben nämlich letztes Jahr einen Angelschein gemacht. Wir waren ja letztes Jahr schon zusammen am Main drei Tage angeln und die haben mich jetzt richtig irgendwie infiziert. Die haben jetzt richtig Lust und Spaß am Angeln. Einen hole ich jetzt gleich ab, der andere kommt nach. Ich habe gerade beim Frühstück schon mit meinem Papa gesprochen. Das ist wie, als mein Papa früher mit mir angeln war, als ich noch ein kleines Kind war. Also mein Papa ist auch Angler und hat mich mitgenommen, seit ich denken kann. Also es gibt Fotos, wo ich wirklich ein Jahr alt bin und bei ihm beim Angeln dabei bin. Und genauso ist es mit den Jungs. Ich muss gar nichts fangen, aber ich würde mich so freuen, wenn die zwei was fangen, weil die eigentlich noch nie so richtig was gefangen haben. Und wir gehen auf jeden Fall an einen kleinen Fluss, die Taube, wem das was sagt. Vielleicht kommt jemand aus der Nähe. Wir fahren nach Bad Mergentheim. Vielleicht sagt das jemand was von euch. Es ist auf jeden Fall so eine kleine Strecke von uns zu Hause. Und dann hoffen wir mal was, dass sich das heute lohnt. Übrigens ganz wilde Frisur hier heute. Ich weiß nicht, was diese Strähne heute da macht. Ich glaube, wir dachten alle, dass es ein bisschen wärmer wäre. Aber wir stehen hier im Wasser. Mein Kumpel steht da hinten, hinter der Brücke. Wir haben jetzt schon ungefähr eine Stunde geangelt, nichts gefangen. Ich hoffe, man hört mich überhaupt, weil es wahrscheinlich sehr laut mit dem Wasser im Hintergrund ist. Angel am Start. Wir versuchen jetzt gerade ein paar Forellen zu fangen. Ich habe heute kein gutes Gefühl, Leute. Aber es ist schön, oder? Romantisch. So im Fluss stehen mit meiner sexy Hose. Einfach hier ein paar Würfel machen. Das ist das, was wir lieben. Sagst du euch, wie es ist? Ich habe mir irgendwie einfacher vorgestellt. Aber wie findet ihr meine Hose? Ehrlich, Mädels? 10 vor 10. Mein Outfit heute ist 10 vor 10. Wir haben dann gestern übrigens tatsächlich noch was gefangen. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. War ein richtig schöner Abend. Happy hatte zu Hause auch richtig schönen Auslauf. Ich kann ja meine Eltern immer stalken mit dem GPS-Sender, den er dran hat. Dann sehe ich immer, wie weit er läuft, welche Strecken die laufen, alles Mögliche. Aber die sind richtig toll mit ihm gelaufen. Meine Eltern macht es auch immer sehr, sehr viel Spaß, wenn die einen Happy haben, weil die sehr gerne spazieren gehen, weil die sehr gerne in den Wald, große Strecken laufen, alles Mögliche. Und heute, ihr seht es wahrscheinlich schon, ist Spieltag. Ich habe meine Spieltagsklamotten an und bin jetzt gerade auf dem Weg nach Nürnberg. Besser gesagt, nach Schwabach. Schwabach liegt von meiner Seite aus ein bisschen näher, also vor Nürnberg. Und wir haben heute das Spiel gegen den Drittletzten bei uns in der Tabelle. Wir sind aber auch schlecht, also nicht gut dieses Jahr. Das ist total komisch, sind voll viele richtig gute Einzelspieler, aber als Mannschaft funktioniert es einfach nicht so. Deswegen muss heute unbedingt ein Sieg her. Freunde, ihr drückt die Daumen, auch wenn ihr das Video einen Tag später erst seht. Denn wir wollen dieses Spiel heute gewinnen. Wetter lässt leider ein bisschen zu wünschen übrig. Kriegen wir trotzdem hin, würde ich sagen. Freunde, push the downs and we win this today. You know what I mean. We know what I'm talking about. Thanks you for your attention. Kennt ihr das, wenn auf der Autobahn plötzlich einfach ein 80-Ende-Schild steht und die euch nur fragt, was? Hier war 80? Wartet mal, wer seit 45 Minuten im Stau steht. Ich. So, Freunde, und genau so beendet man einen Vlog. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, für's Anschauen. Das sehr gerne ein Like da und habt gute Laune, weil gute Laune einfach schön ist. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dahin. Peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.